Hallo und herzlich willkommen zu diesem Einführungsvideo in die Web Development IDE PHPStorm von JetBrains. Wir werden uns in diesem Video und in ein paar weiteren Videos alles um die Installation und Konfiguration dieses Tools ansehen, sodass in den Web-Entwicklungsübungen in Medientechnik und Design an der FH Oberösterreich damit gearbeitet werden kann. Wer dieses Video aber so findet und es auch hilfreich findet, darüber freue ich mich natürlich. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir beginnen bei Null und starten mit der Installation von PHPStorm auf dem eigenen Laptop. Es gibt noch ein anderes Video, wo die Installation in den Labors bzw. die Konfiguration in den Labors gezeigt wird. Jetzt geht es aber einfach mal darum, wie bekomme ich dieses Tool auf meinen eigenen Rechner und vor allem, wie kann ich es installieren, sodass es auch dann in Zukunft, wenn es Updates gibt, wenn neue Versionen herauskommen, dass ich up-to-date bleibe und möglichst geringen Aufwand habe. Wir starten mit einem Browser und zwar öffne ich hier in meiner Windows-Sandbox, wo außer Microsoft Edge nichts installiert ist, einfach mal die Webseite von PHPStorm und ich, JetBrainsPHPStorm. So, man sieht mal den ganzen Tippfehler. Und wir sind hier schon auf der Webseite von PHPStorm. Wir könnten also hier im ersten Schritt einfach mal PHPStorm hier herunterladen und installieren. Diese Möglichkeit ist durchaus okay, hat allerdings zur Folge, dass man sich die aktuelle Version herunterlädt und die bleibt einem dann erhalten, wenn man eine neue Version möchte, dann muss man sich so über die Webseite eben wieder eine neue herunterladen. Es gibt allerdings von JetBrains auch ein Tool, das diese Installation vereinfacht und das ist die sogenannte JetBrains Toolbox. Und die JetBrains Toolbox, die findet man hier, ist eine kleine Software-Management-App für alle Applikationen aus dem Hause JetBrains. Wir für die Web-Development, für die Hypermedia-Übungen, wir werden mit dem Tool PHPStorm arbeiten. Man sieht es aber hier schon am Screenshot. Hier ist auch die Installation einer Reihe von anderen Tools möglich, wie zum Beispiel IntelliJ für die Java-Entwicklung oder eine Reihe von anderen Dingen. Das heißt, diese Toolbox ist einfach ein kleines Werkzeug, das ich installiere. Und mit dieser Toolbox kann ich dann beliebig viele andere Werkzeuge, die ich brauche, installieren. Die Toolbox kümmert sich in weiterer Folge auch um die Updates, zeigt mir so an, wenn es neue Versionen gibt, und lässt mich die dann mit einem Klick installieren. Darum würde ich empfehlen, wer sich für die Web-Übungen und bei uns im Studiengang Medientechnik und Design werden die JetBrains-Produkte auch in anderen Lehrveranstaltungen verwendet. Und da kann ich diese Toolbox dann genauso nutzen. Das heißt, wer sich dieses Software installiert, dem würde ich die Toolbox sehr, sehr stark ans Herz legen, um einfach den Arbeitsaufwand jetzt und vor allem in Zukunft gering zu halten. Das heißt, das ist also genau das, was ich jetzt tue. Ich lade mir einfach, in dem Fall hier für Windows, aber die Toolbox ist genauso für macOS und andere Betriebssysteme vorhanden. Ich lade mir jetzt also diese JetBrains-Toolbox herunter und starte einfach mal das Installationsprogramm, sage jetzt hier mal Install und lasse die Toolbox einfach auf meinem Windows-Rechner, auf meinem Account sozusagen, in der Default-Location installieren. Da muss ich nichts auswählen. Und sobald das geschehen ist, kann ich hier auch mit Run JetBrains-Toolbox quasi diese Toolbox sofort auch ausführen. Die Toolbox selber, die findet sich dann hier im Sys-Tray, also rechts unten in meiner Windows-Taskbar und ich sehe jetzt gleich auch im Welcome-Fenster, Welcome to Toolbox, easy access and update your JetBrains-Tools every day. Ich kann mich hier also durchklicken, das License Agreement akzeptieren, ob ich Statistiken übermitteln möchte, das bleibt jedem sozusagen überlassen und ich kann mich für einen Farbschema entscheiden, light oder dark. Ich bleibe hier mal bei System, in dem Fall ist es also der Light Theme. Und dann sehe ich die Toolbox schon bereits vor mir, find your tool. Ich kann also, ich sehe sozusagen die gesamte Palette an JetBrains-Produkten und kann hier, wenn ich etwas runterscrolle, zum Beispiel sehe ich PHP Storm. Für Einführung in die Programmierung brauche ich irgendwann die IntelliJ IDE. Später möchte ich vielleicht mit Python etwas machen oder ich möchte in Tools wie C++ oder .NET oder sonst etwas arbeiten. Also man sieht hier, alle Tools sind verfügbar und können mit einem Klick auf Install installiert werden. Bevor wir allerdings die Tools installieren können, also installieren können wir sie jetzt schon, ist es allerdings sinnvoll, sich eine Lizenz zu besorgen. Denn die JetBrains-Tools können 30 Tage kostenlos evaluiert werden, sind aber prinzipiell kostenpflichtig. Der Vorteil für Studierende an der FRO Oberösterreich und möglicherweise auch anderen Hochschulen ist es allerdings, dass wir eine Studierenden-Lizenz beantragen können, was uns quasi de facto oder was die Studierende ermöglicht, die Tools kostenlos während ihres Studiums zu verwenden. Und um das zu tun, gehen wir auf die Webseite für Educational Licenses. Ich gehe wieder zurück in meinen Browser und suche einfach mal JetBrains Education Licenses und komme dann sozusagen hier sofort auf diese URL JetBrains.com Community Education und hier kann ich, man sieht es schon, Free Educational Licenses beantragen. Und das geht für Studierende und Lehrkräfte, für ganze Schulen und Universitäten oder auch für irgendwelche Trainingskurses. Wir brauchen hier den ersten Punkt für Students and Teachers. Das heißt, Sie können hier, Sie sehen Sie, Free Educational Licenses beantragen und können quasi mit diesem Button, wenn Sie etwas runter scrollen, Apply Now, sich hier für eine solche Lizenz bewerben. Und hier ist es wichtig, als Studierende der FRO Oberösterreich, für andere Personen, die eben nicht an der FRO Oberösterreich studieren, die mögen bitte checken, ob Ihre Hochschule auch an dem Educational Programm teilnimmt. Falls ja, dann können Sie genauso diese Lizenzen beantragen. Für die Studierenden hier in Medientechnik beziehungsweise an der FRO Oberösterreich läuft das Ganze über die Adresse der Universität. Das heißt, Sie wählen weiterhin aus, I'm a student. Für unsere Bachelor-Studierenden, Sie sind Undergraduate, es ist ein Computer Science Studium und Sie müssen im Prinzip jetzt hier Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Das heißt, Sie brauchen irgendetwas. Ihr Student Identifier beginnt in der Regel mit S und hat dann eine Reihe von Nummern, die ich jetzt hier weglasse. Wichtig ist der Endpunkt at students.fhhagenberg.at. Das ist sozusagen der wichtige Teil über diese Domain FH Hagenberg, also die Fachhochschule in Hagenberg, werden Sie korrekt identifiziert. Sie geben hier bitte noch Ihren ersten, also Vornamen und Nachnamen, First Name, Last Name, geben an, dass Sie wahrscheinlich aus Österreich sind, akzeptieren das License Agreement und über einen Klick für Apply for Free Products, was ich hier jetzt nicht tue, können Sie sich dann den Account beantragen. Sie bekommen dann ein E-Mail auf die E-Mail-Adresse, die Sie hier oben angegeben haben und halten dort weitere Instruktionen, wählen sich in weiterer Folge Ihren BenutzerInnen-Name und ein dazugehöriges Passwort. Das ist dann Ihr JetBrains-Account, den können Sie nennen, wie Sie wollen, den Username hier wählen. Und sobald dieser JetBrains-Account quasi kreiert wurde, angelegt wurde, haben Sie nicht nur einen JetBrains-Account, sondern dieser JetBrains-Account, der enthält auch Ihre Lizenz. Und diese Lizenz ist ab dem Zeitpunkt, wo Sie sich hier quasi registrieren, ein Jahr lang gültig. Sie erhalten dann in einem Jahr einen E-Mail-Reminder, wo Sie ganz unkompliziert diese Lizenz wieder für ein weiteres Jahr verlängern können. Das heißt, solange Sie Studierende hier an der FHU Österreich, hier in Hagenberg zum Beispiel sind, haben Sie die Möglichkeit, sich quasi für ein gesamtes Jahr diese JetBrains-Lizenz zu erneuern über diesen JetBrains-Account. Und da sind diese ganzen Tools, die Sie vorher schon in der Toolbox gesehen haben, entsprechend inkludiert. Gut. Nun, sobald also dieser Account existiert, geht es darum, dass Sie sich in die Toolbox einloggen. Das heißt, Sie müssen dann hier Ihre Toolbox einfach nur öffnen. Und rechts oben finden Sie dieses Settings-Symbol oder dieses Konfigurations-Symbol. Und unter Settings können Sie nun in die Einstellungen gehen. Und hier werden Sie normalerweise, wenn Sie die Toolbox frisch installiert haben, sehen, you are not logged in to JetBrains-Account. Das heißt, Sie könnten hier einen Account anlegen. Das wäre sozusagen der normale Weg. Da ist dann keine Lizenz hinterlegt. Sie haben das gerade gemacht, indem Sie sich für eine Student-License registriert haben. In diesem Schritt wurde dann auch der JetBrains-Account kreiert. Das heißt, bitte immer über die Webseite gehen, weil hier legen Sie sich zwar einen Account an, aber das ist dann ein regulärer Account. Da können Sie sich dann selbst Lizenzen kaufen. Wichtig ist aber, dass Sie auf jeden Fall das über diese Student-License gemacht haben. Und wenn also Sie Ihren Account haben, dann müssen Sie nur noch auf Login gehen. Dann geht normalerweise der Browser auf. Und hier geben Sie nun Ihren JetBrains-Account an, Ihren Username, Ihr Passwort, den Sie also benötigen. Und ich mache das jetzt mal mit meinem privaten Account. Füge das entsprechend hier mal ein. Habe ich aus Datenschutzgründen entsprechend ausgeblendet. Sage Sign-in. In meinem Account hier ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv. Das heißt, ich muss hier noch dieses Einmal-Passwort angeben. Das kann ich auch nur jedem aus Sicherheitsgründen entsprechend empfehlen. Das heißt, ich paste das aus meinem Authenticator. Sage Verify. Und dann, wenn das passiert ist, dann fragt mich quasi hier die Toolbox-App, ob ich hier quasi Zugriff gebe auf die Details meines JetBrains-Accounts. Ich sage Approve. Und dann bittet mich der Browser, dass er mich wieder zur Toolbox weiterleitet. Sie können hier sagen Always Allow oder einfach Open. Und werden quasi zur JetBrains-Toolbox zurückgeleitet. Und jetzt sehen Sie, dass ich hier eingeloggt bin. Da steht die E-Mail-Adresse, mit der ich mich hier registriert habe. Und damit bin ich eingeloggt. Und nun ist die Lizenz, die mit meinem JetBrains-Account verknüpft ist, auch mein Account weist so eine Lehrenden-Lizenz auf, die ist nun in der Toolbox hinterlegt. Somit kann ich jedes Tool hier installieren und über die Toolbox bekommt das Tool gleich die entsprechende Lizenz und gilt also dann sozusagen als lizenziert. Gut. Jetzt geht es also darum, wir wollen uns ein Tool installieren und für die Web-Development-Übungen in Hypermedia 1, in Hypermedia 2, im Sommersemester benötigen wir PHP-Storm. Die JetBrains hat im Prinzip zwei Web-Development-Tools im Angebot. Das eine ist hier PHP-Storm, ein Tool für PHP und wie Sie auch sehen, für das Web generell. Und es gäbe noch auch zum Beispiel, das war weiter oben, Web-Storm, was primär den Fokus auf JavaScript legt. PHP-Storm kann aber genauso mit JavaScript und entsprechenden JavaScript-Frameworks umgehen, plus eben noch PHP, also PHP als Sprache. Warum installieren wir gleich PHP-Storm? Im ersten Semester beschäftigen wir uns mit HTML, CSS, JavaScript. Da ginge Web-Storm auch im zweiten Semester. Allerdings beginnen wir dann mit PHP zu entwickeln. Also macht es Sinn, sich jetzt gleich PHP-Storm zu installieren. Sie werden sehen, PHP-Storm, PHP-Storm kann alles, was Web-Storm kann. Es ist im Endeffekt dieselbe Idee, nur PHP-Storm hat eben noch diese Features für PHP integriert. Also macht es Sinn, sich das zu installieren. Und alles, was Sie jetzt tun müssen, ist hier den Button Install zu klicken. Wenn Sie etwas raus scrollen, dann sehen Sie, jetzt wird quasi PHP-Storm hier heruntergeladen. Ich schließe mal den Browser im Hintergrund wieder etwas und öffne nochmal die Toolbox. Und Sie sehen, das Tool wird heruntergeladen. Und sobald es heruntergeladen ist, wird es automatisch installiert. Und genauso können Sie das jetzt in Zukunft, sobald die Toolbox einmal auf Ihrem Rechner konfiguriert ist, können Sie alle weiteren Tools hier einfach installieren. Egal, was Sie benötigen. Vielleicht benötigen Sie IntelliJ, ein Klick, und Sie haben beide Tools über die Toolbox gemanagt. Ja, die Toolbox ist bei mir schon dabei, das ganze Programm zu installieren, Unpacking, man sieht das hier schon, und es wird in Kürze fertig sein. Sobald das quasi erledigt ist, über diese drei Punkte hier, können Sie dann für das jeweilige Tool, also je nachdem, wie viele dann installiert sind, können Sie dann die entsprechenden Optionen konfigurieren. Also die Toolbox sagt das ohnehin, Click a tool to launch it, use the menu to configure your tool. Also sprich, Sie können hier zum Beispiel hergehen, unter Settings, können Sie zum Beispiel einstellen, dass es automatisch aktualisiert wird, wenn Sie gar nichts tun wollen. Sobald eine neue Version heraus ist, soll die installiert werden. Sie können auch die Version festlegen, sagen, ich will immer diese aktuelle Version, und ich will nicht, dass mir die Toolbox Updates vorschlägt, oder sie automatisch installiert. Sie können auch ins Early Access Programm gehen, wenn Sie sehr mutig sind, und Pre-Releases neuer Software verwenden wollen. Also das ist recht spannend, und Sie können hier unter Other Versions zum Beispiel, könnten Sie auch andere Versionen des Tools installieren. Sie sehen, also sollte eine Version mal einen schweren Fehler, einen Bug aufweisen, und Sie sagen, okay, so kann ich nicht arbeiten, ich nehme die frühere, dann können Sie auch parallel mehrere Versionen installieren. Normalerweise reicht es aber, die aktuelle Version installiert zu haben, was in unserem Fall zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos die Version 20.23.2.2 ist. Wenn Sie dieses Video schauen, ist es durchaus möglich, dass hier schon eine neuere Version verfügbar ist. Gut, damit haben wir das Tool installiert, jetzt bleibt es nur noch an uns, das Tool zu starten, und die Toolbox hat es schon angezeigt, einfach draufklicken, und Sie sehen, Opening per PStorm geht auf, und begrüßt uns mit einem Import-Dialog, nachdem wir hier dieses Tool frisch installiert haben, gibt es hier nichts zu tun, do not import Settings, sollten Sie einmal eine neue Version installieren, und eine vorhergehende Wahl installiert, dann kann man hier zum Beispiel Settings von vorigen Versionen importieren, ist aber nicht notwendig, also einfach okay, dann kommt vermutlich, also zunächst einmal der Load-E-Screen, dann kommt wieder ein Dialog, der Sie, wo JetBrains, die Firma, Sie bittet, ob Sie denn Ihre Nutzungsdaten teilen wollen oder nicht, das sei Ihnen überlassen, ich sage hier jetzt mal don't send, und möglicherweise kommt auch die Firewall daher, das heißt, so wie Sie es bei mir sehen, ist es in der Regel ein gut und wichtig, per PStorm hier auch Firewall Access zu geben, also ich sage hier einfach allow access, und dann sehen Sie jetzt hier den Start-Screen von per PStorm, wo wir jetzt dann beginnen können, mit dem Tool zu arbeiten. Das war jetzt in aller Kürze die Installation mit Registrierung von neuen, also von einer Lizenz, die Sie hinterlegt haben. Sie sehen hier, das Tool ist fertig und kann verwendet werden, und im nächsten Video werden wir uns jetzt anschauen, wie wir ein Projekt anlegen und unser erstes Hello World Projekt damit erzeugen. Danke fürs Zuschauen und weiter geht's im nächsten Video. Vielen Dank.